Das Werk, das wir gleich hören werden, heisst Balkano. Das ist eine Mischung zwischen Balkan und Dango von einem serbischen Komponisten namens Alexander Michović. Drei Mitglieder des Ensembles stammen aus dem Balkan. Das ist die... Habe ich nicht, habe ich nicht. Die Dianistin, ihre Ladenlern. Die Geiterin, die sprang aus Albanien. Die Geiterin, Olga Mladenov, stammt aus Serbien. Und Marco Angelović stammt aus Serbien. Nur der Kontrabassist, stammt aus der Ukraine. Die gehörte noch nicht zu Serbien, aber man weiß ja nicht. Aber ich freue mich, dass Sie es zusammengefunden haben. Ich sage, um heute Ihnen eine kleine Überraschung zu bereiten. Nein, wir haben... Jetzt kann man aus dem Balkan. Ich danke Ihnen. 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 Danke Ihnen. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.